Jo meine ihr verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde von Bad Wars auf der MapFantasy zusammen mit dem Kai, hallooo Hallooo Na jetzt nach langer Zeit, ach willst du direkt in die Mitte oder was? Ne 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 du darfst nicht Achso du hast einfach nur, du hast einfach nur das Köln der Bronze schon mal ein bisschen Ja das liegt da und so für den 30 liegen da, 30 liegen da Was 30, ja ok das reicht ja wohl Ja dann hau ab hier Da hinter dir Da voll ins Gebüsch geschmissen Ja in den Busch Ok toll da ist schon einer vor mir direkt rausgerascht alter Busch Weil wir brauchen ja immer ein bisschen länger hier um anzufangen überhaupt Die Aufnahme Ja der Patrick ja Das dauert ja immer ein bisschen ne Ja klar immer 24,7 Ganz gechillt, ganz gelassen Das kriegen wir auch hin So gehst du wieder direkt zum Eisen oder was? Nö ich wollte erstmal hier Ja nachdem du das Bett zugebaut hast Das hat ja grad super geklappt Das hat ja grad super geklappt Wir haben nämlich grad schon wieder eine Runde eingespielt gespielt Genau Eingespielt gespielt Eingespielt ungespielt Sag mal Dober Zecker Zecker Ja ich kann die nicht runterkicken grade Ich glaub ich Ja ich bin tot Okay Kacke warte ich nehm mein Schwert mit Oh du das Nerd Power Was? Wer ist Nerd Power? Hä ich bin das nicht Ach doch Ach ne du bist Jack ups Wir sind grün Wir sind grün Ich bin nicht Nerd Power Wir sind auch Du bist Jack ups Ach du guck mal da kam schon der erste gerade rüber Den hast du gar nicht gesehen ey Da war so ein blauer gerade Der kam da einfach angerascht und dachte sich Ey ich schmuck mal ein bisschen auf hier Ja du das ist ja aber nicht mein Problem ne Du hast hier geregelt Ich hab ich hab alles unter Kontrolle Ich hab alles im Griff hier Na guck also So vier Gold haben wir schon mal Vier Stückels aber auch noch vier Guck mal da kommt der nächste Eskalateur hier 13 Ein Silberbäuer noch Und da hat's grad schon wieder ein bisschen geruckelt hier so In der ganzen Angelegenheit Du hast auch immer Rockler Junge 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 du kauf dir mal einen besseren Computer dieser scheiß Kiste hier Ja das stimmt ja auch wirklich Ja Genau der Meinung bin ich auch Die Kiste ist echt ein bisschen hier am eskalieren öfter mal Also die ich weiß auch nicht wie ich das hier mit der aushalte Keine Ahnung Oh ich hab bloß Panzer Level 3 Sehr gut ich hab äh Soll ich die auch einen machen? Ja ich hab nämlich schon genug Yold wollte ich grad sagen Gold Für ähm Ein schönes Eisenschwert und einen Bogen Ja warte 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 hier zack zack Hast alle komplette Rüstung Das ist sehr gut Gut dann geh du schon mal wieder in die Mitte Ich brauch erstmal auch meine Rüstung Oder so Ja stimmt ach du hast ja noch gar keine Ja Ne ich hab dir grad erstmal gemacht damit du schnell Ja dann geh ich Dann geh ich Warte ich muss erstmal was Damit auch Action bei dir ist Ich muss erstmal was zu trinken haben Erstmal was zu trinken haben Genau was zu essen haben Erstmal was zu trinken Ey gib mal bitte ne Pulle Hast du für mich auch Gold Ne hab ich nicht ich hab äh nicht mehr Hier warte ich hab ein paar Spitzhacken für dich Ja dann geh mal lass mal liegen Genau Ich hab ein paar liegen gelassen Ich hab noch 20 Millionen im Inventar Weil ich einfach durchgeklickt hab hier Ok Na egal So da liegt nämlich denk ich mal noch ein bisschen Gold Also ich denk mal nicht dass da Ja weil der jetzt gerade so ein Nektar gerade So weg Runder mit dir Du hast natürlich aus dem Weg gekickt Ja Kennst du den noch? Nice Na klar krieg ich den Na klaro Der Patrick der hat ja Elm mit dem Bogen Achtung blau ist da oben Ja der ist äh Down hier gleich Zack Weg mit ihm So jetzt wollen wir mal gucken Ich hab 3 warte hier Ich schmeiß dir das mal direkt hin Wo ist denn das? Warte 4 hab ich jetzt 1 Bräuner Eine Runde noch Eine Runde Dann kannst du ja auch direkt noch einen Bogen machen Wenn du noch eine Runde noch kriegst Huh 7, 8, 9 Oder warte ich noch eine Runde? Ne ich mach erstmal billigen oder? Ja mach erstmal billigen das reicht Mach ich auch Warte mal wer schießt hier? Irgendwer von irgendwo höher wird geschossen Ja ich werd geschossen Ok Ist natürlich Bisschen schlecht Sagen wir mal so es ist nicht gut So dann brauch ich noch einen Bogen richtig? So ja ein Bogen Ok da kommt schon Bist du runter geflogen? Nein Was macht der Typ? Hä wieso geht der da nach unten? Hä ich werd beschossen Ist der bekloppt oder was? Von wo wirst du beschossen? Ach da Das bist du ja Mein Gott ey Er schreckt mich doch nicht so Ich weiß auch noch nicht von Der hat der Bogen rot Von welcher Seite der hier Und blau kommt? Gerade fah Wo? Wo wo? Hinter dir! Achso Dankeschön Dass du mir das gesagt hast du Eigentlich müssten wir erst auf rot gehen Wieso? Weil die Bogen haben Achso Ja der da hinten hat auch einen Bogen oder? Ne der Der ist schon so oft Ja ich will erstmal einen besseren Bogen Und eine bessere Spitzsacke Und der ist schon so oft runter gefallen Wie viel Gold hast du? Acht Ja da hast du noch ein neuntes Ein neuntes Stückchen Ja dann hab ich mehr Einfach so random dahin geschossen Und hab ihn einfach noch getroffen Hast du ihn geteilt? Ja aua Da hat er mich auch geteilt Der Affe Der Affe du Aber weißt du was ne? Komm mal gelb Ich hab auch einen geteilt Gelb rennt glaube ich zu Brennen die rüber? Ja ich glaub die rennt zu rot rüber Oh hier ist der eine blaue schon wieder Ah scheiße warte Ich krieg ihn da oben auf seinem Weg Und ich ach doch jetzt hab ich ihn runtergekickt glaube ich Oder? Ne da oben im Baum ist er Siehst du das? Da oben im Baum schilter Der rutscht uns da ran Echt? Okay warte Er ist tot Ja okay Immer diese Hochstack-Taktik Das nervt mich richtig Ja das geht mir richtig auf die Nerven Die ist richtig unnötig Okay da kommt da Kommt schon wieder der nächste blaue Okay pass auf Der kommt da oben raus Aber manchmal bringt's das ja auch Manchmal Warte mal wie viel kostet Eine Spitzhacke? Ein Gold? Ja ne? Ich hab eine Ja ich Wow 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 Was 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 ist was Von wo? Von rot Ich hol mir jetzt nämlich einen geilen Bogen Und komm dann direkt auch nochmal wieder mit Ach ich brauch ja gar kein Fein mehr Ich bin ja auch schlau Ja Und hol mir noch eine Spitzhacke hier Eine kleine Feine du Eine kleine Feine So dann lass den ganzen anderen Kram hier So das kann hier bleiben So das Das kann nach da Die können auch hier bleiben So gut okay ich komm wieder zurück Und jetzt geht's los hier Back am Stüssel Hoffentlich Und dann wollen wir mal gucken ob wir hier Vielleicht die Leute mal ein bisschen äh Ja hier Bisschen auf Auf Trab halten können Woll ich sagen Bisschen in Schach halten können Habe ich dir einen getöten nicht schade Ich hab den dreimal getötet Nein meine FPS geht runter Ah was ist jetzt denn los Nicht sterben Boah Eieiei Karamba du Da ist grad irgendwie Jetzt ist grad schon wieder richtig der Wurm drin So okay Was ist denn los bei dir? Jetzt geht's jetzt geht's Jetzt hab ich wieder 60 Das war grad richtig komisch Grad war richtig der krasse Frame Einbruch Äh gelb ist Ja Gelb ist da Okay runterkicken Runterkicken Ja Nice Nein Wie ist der denn gekommen? Wer bla das blau oder? Besti- Echt ein kleines Problem Ey dann Ist echt hier Ende im Gelände du Dann ist Action not mehr hier included Äh warte mal Der 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 blaue Ja das war auch blau Der hängt immer noch da oben Renn rüber Da ist nur einer Wenn überhaupt Oh Gott oh Gott oh Gott Hier ist nur noch ein anderer Alter was macht der denn hier Ha Der eine rote kommt hier einfach an Und wat Hä ich hab den einen roten einfach grad so richtig easy gekillt Die roten sind ja richtig einfach Ich hab den anderen roten auch noch gekillt Blau ist auch zerstört Blau ist auch zerstört Okay da kommt der eine blaue gerade rüber oder wat Ich treff ihn schon Blau kommt Ja blau kommt Ja ich treff ihn schon wieder nicht Warte ich kann Der ist jetzt vor uns Der rennt zu uns Ja der rennt zu uns Nein fick den mit dem Bogen Nicht dass du seitlich runter geschossen wirst Nein So okay der ist runter Okay der ist erstmal weg Der andere der chillt noch oben bei mir Rot kommt Rot kommt Ja guck mal die sind Richtig Was veranstalten die da? Guck mal Weiß ich nicht Die rot ist richtig kacke Haben die noch einen Bogen? Ne ich hab die gerade beide gekillt Die können keinen Bogen haben Normalerweise Okay rennt ihn nach Hause und kill den anderen blauen Ja Und dann können wir uns komplett auf rot fixieren Die haben nämlich glaube ich nix mehr da Die haben nämlich nix geile mehr Nix ganzes und nix halbes irgendwie Weiß ich nicht Blau ist man nicht das? Also ich hab jetzt noch Okay nice Nur noch rot gegen grün Sehr gut Rot gegen grün Pass auf der kommt da Der kommt da Der kommt da Ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß Ganz gelassen ganz gechillt Von wo kommt der? Ich hab einen Bogen gemacht Ich hab mir den besten Bogen noch gemacht Achso hast du den? Hast du eine ordentliche Spitzsacke? Und uns noch ein paar Stärketränke hier kaufe So ich hab jetzt drei Stärketränke gekauft Das ist gut Dann kriegst du noch einen Warum kauf mir noch eine Spitzsacke wenn du noch ein Gold über hast? Ne hab ich grad alles geschossen Ich hab gedacht du hättest Hä du hast doch grad eben gesagt du hast eine geile Spitzsacke Ne ich hab einen geilen Bogen Hä du hast Vorhin hast du noch gesagt Pass auf von der einen Seite kommt er Von da siehst du das? Zack der ist runter Ja ja Okay jetzt 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 Angriff Ich geh aufs Bett Ich geh aufs Bett Ich geh aufs Bett Okay 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 Bett ist da Okay so ich hab den eingekehlt Warte was ist Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der andere ist da Der andere ist da Der andere ist da Der andere ist da Komm yes Gewann alter ja nice man Nice alter Nice 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 GG So ich hab leider grad ein bisschen übersteuert sich grad in meiner Audiospur das aber auch nicht so wild Aber ich würd sagen wenn euch hier das Video mal wieder Rückschischhut gefallen hat Ne ja hier Früh am Morgen dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da Ich wünsch euch jetzt noch einen schönen Tag Und schaut auf jeden Fall auch beim Kaihoffen Kanal vorbei Falls ihr da noch nicht abonniert habt ne Immer mal reinschauen da gibt es auch immer ganz viel Witzigen spritzigen Spaß mit mir und Dann haut rein Du bist mein Tully ey Ciao Tschüss Tschüss Tschüss